ich bin am effen und ich habe ja gesagt ist er so ich ging zur heidekrautbahn ich warte jetzt auf den bus der kommt das wird hier ja leute brandenbogen 20 minuten am wochenende ich wollte jetzt mal das film weil es ist ja einmal eine oder andere mal ist ja halt was dazwischen gekommen beziehungsweise hatte ich keinen bock auf den tag werden zu gehen ich habe hier aktuell am start wie ihr seht bin ich an der heidekarte die straße heißt sogar an der heidekarte ich bin jetzt halt hier in bahn fahrt ich weiß ja nicht vielleicht kriegen wir das ja dann schaffen wir es ja eine weiche zu stellen kann oder nicht bevor dann hier mit 60 km durch also die strecke ist nicht mehr im betrieb das ist der bahnhof schildo hier kommt man nachdem hier zu kann man halt drüber gehen und dann war mal hier halt an dem bahnhof hier geht gar nicht Oh doch, die geht. Die geht. Okay, doch nicht. Könnt ihr doch nicht gucken. Die hat sich ein Stücke besägt.